Juristische Fallbearbeitung ist in Deutschland eine Methode zur rechtlichen Beurteilung eines Geschehens oder Zustandes, die von Juristen angewandt wird. Die juristische Fallbearbeitung erfolgt mit dem Ziel der Klärung bestimmter Rechtsfragen oder aber der rechtlichen Beurteilung der Gesamtlage. Methoden Methoden der juristischen Fallbearbeitung sind insbesondere Beurteilung eines Sachverhaltes anhand einschlägiger Gesetzestexte, Rechtsprechung und rechtswissenschaftlicher Stellungnahmen, Ermittlung der in Betracht kommenden Anspruchsteller, Gegner, Ziele und Grundlagen, Vollständigkeitsprüfung der in Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen und möglicher Einreden im Zivilrecht zweckmäßigerweise in der Reihenfolge, Bereicherungsrechtliche Ansprüche Untersuchung der Ansprüche Die einschlägigen Ansprüche untersucht der Fallbearbeiter so dann darauf, inwieweit sie entstanden, erloschen oder undurchsetzbar sind. Sprachlich stellt er seine Untersuchung zumeist in der universitären Ausbildung im Gutachtenstil und in der Rechtspraxis häufig im Urteilstil dar. Im Gutachten stellt er seinen Darstellungen die zu Prüfende Frage voran im Urteil das Prüfungsergebnis. In beiden Fällen bildet er einen prüfungsbezogenen Obersatz der etwa bei der Beurteilung einer Anspruchsentstehung, die zu untersuchenden abstrakten Entstehungsvoraussetzungen nennt. So dann definiert er, soweit erforderlich, ausfüllungsbedürftige Begriffe der Tatbestandsmerkmale. Im dritten Schritt subsummiert er den Sachverhalt unter die gegebenenfalls näher erläuterten Begriffe. So findet er heraus, ob die konkreten Fakten die abstrakten Tatbestandsmerkmale ausfüllen. Entsprechend seinem Prüfungsergebnis beantwortet er zusammenfassend die Gutachtenfrage und hat bei einem Urteil sein vorab mitgeteiltes Ergebnis begründet. Diese Art der Fallbearbeitung taucht in der Rechtspraxis regelmäßig als immanenter Bestandteil einer Relation oder eines Urteils auf und bildet den Hintergrund eines kunstgerecht gefertigten Schriftsatzes. Untertitelung des ZDF für funk, 2017